Willkommen zu diesem Video hier bei CreeperTV. Heute haben wir ein etwas anderes Video und zwar ist die 1.9.1 heute released worden und direkt dahinter die 1.9.2. Grund dafür ist, wie man hier gleich lesen kann. Some players couldn't connect to some servers or their realms. Also man versteht es. Und hier wurden jetzt Lystra-Sound-Effekte eingemacht und die Selectors geschmissen. Im weiteren Tagesverlauf wird ein weiteres Video kommen, wo ich euch die neueste Version vom Trendy-Update rüberbringen werde. Also Trendy-Update-Prolease. Bis gleich!